Hallo und herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier bei Schätzfragen. Heute wird wieder geschätzt mit den Kandidaten Brammen, Peter, Christian und Jay heute. Hi. Und ich habe mal ein paar Schätzfragen mir ausgedacht, rausgesucht und ich würde sagen, wir legen direkt los. Punkte gibt es natürlich für jede richtige Antwort, einen Punkt. Und ja, ich würde sagen, fangen wir mit Frage 1 an. Wann wurde die Riesenschildkröte Adviata geboren? Sie ist 2006 als Älteste ihrer Art im Zoo von Kalkutta gestorben. Also die Riesenschildkröte Adviata. Welches Jahr? Willst du ein Jahr oder willst du ein Datum? Das ist mir egal, also entweder wie viele Jahre alt sie geworden ist oder aber... Das musst du mir jetzt aber sagen. Es war am 2. Juni, ein heißer Sommertag. Der Tag begann ohne Komplikation. Wenn ich dir jetzt 1950 da reinschreibe, ist die Frage, ob die jetzt 1950 Jahre alt war oder 1950 geboren wurde. Dann schreib mir ihren Geburtstag rein. Okay, mit Monat und Tag. Mit Datum. Mit allem, damit das hier... Also wir können auch die Sekunden reinschreiben, wenn ihr wollt. Ich kann ja kein Jahr reinschreiben. Warte mal. Äh... Ah, das funktioniert okay. Wo ist denn die Formatierung hier? Das sieht alles so anders aus. Wenn ich da ein Jahr reinschreibe, macht er da tausend irgendwas draus. Dann mach Kommas. Mach Kommas dazwischen. Also ist das immer noch richtig, Jay, dass Affenficken Peter das Geburtsjahr von Adviata ist? Hey! Ja. Nein. Okay, okay, okay. Also, wie gesagt, es geht um die Riesenschildkröte. Die älteste lebende Lebensform ever im Zoo. Aber die ist ja kaputt, ne? Das ist ja schon ein Tipp. Das ist die älteste Lebensform ever im Zoo. Oh. Ja, die Frage ist, dass wir dann schon Zoos... Ja, das war aber schon in der Frage mit drin, Peter. Nee, du meintest doch, das wäre die älteste jemals ihrer Art, oder? Ja, ihrer Art, ja, das ist ja alles dasselbe. Das heißt aber nicht, dass andere Arten nicht länger leben können, theoretisch. Boah, das ist richtig. Ja, das gibt es nicht, die älteste jemals ihrer Art. Einsicht der Krebsse werden uralt. Nee, werde ich nicht. Habt ihr final abgestimmt alle? Ich bin final durch. Wir waren schon alt, als wir auf dieser Wackenfeinde waren. Die werden richtig alt. Also, fangen wir einfach mal an mit Jonathan, der den 28.03.1845 hat. Also... Ah, das ist 28.03. geboren. Die werden doch über 100 Jahre alt, locker. Also, die ist schon echt alt. Ja, Jay, ich hab nicht gelacht, weil das zu wenig war. 45 ist sogar noch relativ jung. Also, Peter hat noch ein bisschen jünger getippt. 1.6.1870. Ja, ich dachte, 136 wäre ein gutes Alter zum Sterben. Ja, aber die anderen dachten, so wie Christian zum Beispiel, 2. Februar 1834, dass die noch ein bisschen älter geworden ist. Ich hatte sie dann noch. Das ist ja mega geil. Die Schildkröne hat ihn ans Kreuz genagelt. Die standst du am Rand dabei und hat die ganze Zeit geschrien, nagel den höher, höher. Das war die heilige Schildkröne, da hat er drauf gestanden, als die den festgemacht haben. Die Schildkröne war in Wirklichkeit so ein Reptiloid oder sowas, die dann hier so das Kreuz genagelt hat. Das war quasi der Stuhl, der weggelaufen ist, als die, ne, egal. 28.03.1823 hat der Bram getippt. Scheiße. Also, Bram ist der älteste. Noch älter. Und ihr seid alle schon ganz schön weit weg. Also, die ist halt noch viel älter geworden. Die ist 1750 geboren. Ja, dann reicht ja. 256 Jahre alt ist sie geworden. Und das ist, würde ich sagen, Punkt für Bram. Das ist ein eindeutiger Punkt für Bram. Danke. Aber in Punktrunde 2, da könnt ihr gut punkten. Vielleicht hat Bram da einen kleinen Vorteil, aber ich habe die Frage trotzdem mit drin gelassen. Wie alt bin ich? Wie oft wird der deutsche Aktienindex DAX pro Stunde errechnet? Wie oft wurde der deutsche Aktienindex, also der DAX, wie man ihn kennt, ne, pro Stunde errechnet? Seit Existenz oder einfach nur pro Stunde? Ne, pro Stunde. Also, wie oft wird der in der Stunde errechnet? Also, da werden ja ganz viele Transaktionen gemacht. Der DAX gliedert sich ja aus sehr vielen Aktien zusammen. Ich weiß nur, dass alle 11 Minuten sich jemand bei Parship verliebt. Ja, vielleicht ist das auch ein adäquater Wert, um den DAX zu berechnen. Sollte ich jemals austicken, wäre dieser Mensch, der die Werbung erstellt hat, der Erste, die ich mit ins Grab nehme. Pro Stunde. Also, pro Stunde, das kann in Minuten, in Sekunden, das kann aber auch, also könnt ihr einfach angeben, wie oft der errechnet wird. Also, ihr könnt auch reinschreiben, jede Millisekunde, dann rechne ich das für euch um. Boah, Alter, jede 0,65875419 Nanosekunde. Das würde ich gerne umgerechnet haben. Also, wer weiß, was dahinter steckt. Und es werden ja immer alle Aktien abgeglichen und dadurch errechnet sich ja quasi der DAX. Und der Werte der einzelnen Aktien, die im DAX drin stecken. Und ich glaube, das ist sogar noch komplizierter, ich kenne mich da gar nicht so genau aus. Wenn, dann steckt Papa DAX im anderen DAX drin. Aber Christian fehlt noch. Papa DAX echt ist. Okay. Ich habe die Community gestern schon gefragt, was ich machen sollte, wenn ein richtig schlechter Witz von dir kommt. War aber mir echt die erste Antwort. Hast du keine Antwort gekriegt. Nee. Da fällt aber mir nichts mehr zu ein. Ich habe vier Antworten. Und, Jay, wie kommst du denn auf 3600 Mal? 60 mal 60. Also, dass jede Sekunde quasi der einmal gerechnet wird. Keine Ahnung. Ja. Das war zumindest dein Lösungsansatz. Peter, alle fünf Sekunden. Ähm. Wie kamst du da drauf? Einfach so Bauchgefühl? Einfach ein Bauchgefühl. Also wäre das ja... 1800 Mal. Ja. Okay. Wollen wir tausend? Nee. Alle fünf Sekunden sind... Pro Minute... 60 mal 12, Leute. Mhm. Ja. Ja. 60 mal 12, ja. Ja. Ich wollte nämlich gerade sagen. 7.20. Okay. Ja. Genau. Nämlich nicht. Ja, egal. Egal, egal. Soll ich dir 720 da reinschreiben? Nee, äh, also... Das ist, glaube ich, eh falsch. Christian hat 180 Mal in der Stunde errechnet reingeschrieben. Wie kamst du da drauf? Auch einfach Bauchgefühl. Alle drei Minuten. 18 Minuten. Toll. Ich habe nur null dran gemacht. Ja. Okay. Das war falsch, wo wir recht sind. Finde ich gut. Sehr 20 Mal. Und Bram 1800 Mal. Alle zwei Sekunden. Alle zwei Sekunden. Ja, damit liegt Jonathan komplett richtig. Alle... Jede Sekunde ist genau richtig. Also 3600 Mal jede Sekunde. Das war vielleicht auch ein... Ich, der noch nie in den DAX geguckt hat. Das war ein bisschen zu einfach. War viel zu einfach. Ja, war ein bisschen zu einfach auf jeden Fall. Sogar drei falsche Antworten von vier. Nee, also die Lösung war halt simpler, als man denkt. Kann man ja wissen. Das meine ich. Ähm, die nächste Frage, da sehe ich auch Jonathan eher. Ja. Ein wie großer prozentualer Teil Islands ist eisfrei? Zu welcher Zeit? Im Winter. Okay. Null. Also, ähm, nee, warte. Das ist... Es gibt einen Anteil an Eis, wo Island... Meinst du Gletscher? Genau. Aha. Also der, der, der kompakt, also der feste Eisbestand, der halt auf Island da ist. Also nicht, wenn, wenn es geschneit hat, dann ist das ja Schnee, dann ist das ja nicht direkt Eis. Nein, du willst Gletschereis. Uff. Kann ich die Frage noch machen? Tja, jetzt ist die Frage, ist der Schnee, ist Julia Fjökul auch... Ein wie großer prozentualer Teil Islands ist eisfrei? Also wie viel Prozent sind nicht von Eis bedeckt in Island? Also es gibt in Island einen Bereich, einen Teil von Island, der dauerhaft im Eis ist und vor allem auch im Winter nicht befahrbar ist. Das Hochland sozusagen. Boah, du willst einen Prozentsatz sagen. Wie viel Prozent ist denn das ungefähr, Jay? Ja, jetzt zwischen 0 und 100. Schade. 120 Prozent wieder. Das ist weniger als 95. Also du willst eine Prozentzahl, Sepp, ja? Ja. Ich möchte eine Prozentzahl, wie viel Prozent dort eisfrei sind. Eisfrei? Ja. Ja, du musst also Minus rechnen. Ich glaube, ich weiß das nicht. Ich glaube, ich weiß das auch gar nicht. Ich glaube, ich schätze hier mal in diesem Format, was Schätzfragen heißt. Hey! Bin mir aber auch dabei nicht sicher. Ich glaube, ich habe geraten statt geschätzt. Jonathan, ist deine Antwort schon drin? Das ist verboten, Bram. Du verlierst leider einen Punkt. Ich denke nicht. Ich habe die Regeln nicht reingekommen. Thema verfehlt. Disqualifiziert. Okay, Jay, überleg noch. Da, komm. Hast du das geraten oder geschätzt? Ich habe komplett geraten. Ich weiß halt nicht, ob nur das Hochland zählt. Also, wie gesagt, die Frage... Nur das Tamo-Hochland. Die Frage ist vielleicht nicht so ganz eindeutig. Das muss ich zugeben. Das ist sie halt nicht. Ganz Island war von den Eisländern bedeckt. Aber ich beziehe mich auf meine Quelle hier und werde damit einfach mal fahren, weil das ist das, was die Quelle sagt. Und wir fangen an bei Jay. 61 Prozent, mein Jay, ist eisfrei. Peter sagt 69 Prozent. Christian 17 Prozent. Klar, das ist alles Eis. Als ob. Bram sagt 67 Prozent. Und damit hat sich sehr eindeutig abgegrenzt, einmal irgendwas um die 60 und irgendwas um die 17. Und 15 Prozent ist die treffende, richtige Antwort. Nice. Hast du das geschätzt? Und damit kriegst du an den Punkt mit 17 Prozent. Dann habe ich eher geschätzt. Richtig gut. Moment, das heißt nur 15 Prozent von ganz Island sind eisfrei. Das ist natürlich halt schade. Dann ist es definitiv nicht der Gletscher, sondern dann ist das halt ganz normal. Einfach der Schnee. Ja, also. Oder sehr falsch, leider gesagt. Ne, das Eis, was da halt ist, nicht nur normal, wenn einen Flocken fällt, dass halt diese eine Flocken für Eis ist. Ja, war nicht eindeutig. Mach weiter. Ja, gebe ich recht. War nicht eindeutig. War sehr schlecht recherchiert. Ähm. Vierte Frage. Ich fand es sehr gut. Wie lange würde einer von uns brauchen, um bis zu einer Milliarde zu zählen? Also wenn man jetzt sagt, eins, zwei, also wenn man laut zählen müsste, wie lange bräuchte man, bis zu einer Milliarde zu zählen? Eins. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Drölf. Schätze ich. Drölf. Äh, die Angabe muss eine zeitliche Angabe sein. Ähm, Tage, Monate, Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte könnt ihr mir eintragen. Ähm. Gesprochen? Ja, ne? Ja, gesprochen. Also wenn ich jetzt sage, also wenn ich zähle. Ja, ist schon wichtig, also ich meine bei eins, zwei, drei, vier, okay, aber bei 400 Millionen, 356.827 und eins, dauert ja schon drei Jahre dann auszusprechen. Was ist denn da die Quelle? Sind das Bots, die das errechnet haben oder hat dann irgendwer wirklich sich dahingestellt und hat bis eine Milliarde gezählt? Ne, das glaube ich nicht. Ich glaube, da sind Hochrechnungen geschehen, die dazu geführt haben. Also es ist auch nicht auf die Sekunde genau ausgerechnet, sondern es wurde geschätzt. Wahrscheinlich anhand von einer mathematischen Formel, wie lange man braucht, um das Wort auszusprechen. Ach, die haben das auch geschätzt? Das heißt, die haben geraten? Ne, die haben das errechnet. Also annähernd errechnet. Warte, das ist nicht das gleiche, Christian. Seien wir jetzt nicht crazy hier. Boah, das ist echt schwierig. Ja. Vor allen Dingen gar nicht den Tascherechner benutzen. Also schon bis 100 zählen, da braucht man ja auch schon ein bisschen. Warte mal. Darf ich den Tascherechner benutzen? Wenn der früher Verstecken gespielt hat? Bis wohin zählen? Bis eine Milliarde, ne? Bis eine Milliarde. Okay, Bram, ich muss vor allem... Ich habe die Zahl schon wieder vergessen, bevor er... Ja, ich schreibe ich da jetzt rein. Und Bram, muss ich den Taschenrechner rausholen? Ja, ich kann es ja auch selbst hochrechnen, wenn du möchtest. Ich habe einen Knoten in meinem Kabel vom... Alles klar, Christian auch. Deswegen fragte ich ja, ob wir Taschenrechner benutzen dürfen. Warum nicht? Okay, ihr dürft natürlich... Ja, ihr dürft einen Taschenrechner benutzen. Okay, in welcher Bärung hättest du es denn gerne? Ich will da nicht forsten, ich wollte es nur wissen. Euro. Also wenn du jetzt sagst, nö, dürft ihr nicht. Das finde ich auch gut. Also so, dass da nachher eine vernünftige Zahl steht. Und nicht... Wo steht denn eine vernünftige Zahl? Und nicht Trilliarden oder so. Okay, hättest du es gerne in Tagen oder in Jahren? Ich hätte es gerne in Jahren. Was soll man dafür ein Jahr brauchen? In Jahren, okay. Das kann ich, glaube ich, am einfachsten runterrechnen. So wie ich das gerade bei den Antworten hier sehe. Was soll man dafür ein Jahr brauchen? Okay. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Mein Gott. Das ist schon fast bei einer Milliarde. Ja. Also ich weiß, dass wir damals beim Versteckspielen häufig 100 Sekunden, also bis 100 zählen lassen haben. Weil, damit man sich vernünftig verstecken kann. Und das hat auch schon, per Arme, so eine Minute gedauert oder so. Ja, nur bis 100. Wenn du das jetzt bis eine Milliarde hochrechnest. Habe ich das jetzt richtig gerechnet? Ja. Ja, das bin ich mir auch eher gerade so. Oh, scheiße, ich glaube, ich habe es falsch. Ich habe mich vertan. Oh, wer ist das? Okay, hier wird noch fleißig gerechnet. Ja, das dauert jetzt alles zu lange. Ich schreibe da erstmal schon mal was rein. Ja, doch, das müsste schon so ungefähr passen, glaube ich. Also man muss ja auch bedenken, dass eine Milliarde 347.578, ne, dass man das alles aussprechen muss. Okay, ich habe von Bram eine Antwort, von Peter eine, von Jay eine. Und Christian ist gerade, glaube ich, noch am Rechnern. Ne, das stimmt nicht. Was denn? Moment, ich muss korrigieren. Christian korrigiert gerade noch. Weck mich. Du kannst ja schon mal bis eine Milliarde zählen. Ich schätze, ich bleibe dabei. Ich habe das, ja, ich auch. Ich schätze das mal. Peter ist gemutet. Also, wir haben Antworten. Und zwar vier an der Zahl. Wir fangen an mit Bram. Der hat 85 Tage eingegeben. Christian hat 1205 Tage eingegeben. Ich habe mal geguckt, das wären 3,3 Jahre oder so. Genau, was ungefähr 3,3 Jahren entspricht. Peter hat zwei Jahre und drei Monate eingegeben. Und Jonathan. Der hat zwei Tage. Jonathan ist ein, äh, ein wenig, naja, ausgerissen mit 120 Jahren. Weil Sepp gesagt hat, das hat noch keiner selber gemacht. Weil er muss ja auch noch essen und so einen Scheiß. Natürlich hat das auch keiner gemacht, weil es dauert unfucking fassbare 80 Jahre. Was? Das ist eine, einer Milliarde zu zählen. Das würde ich schneller hinkriegen. Ich schwöre euch auch. Peter fängt an und macht einen Livestream über 80 Jahre. Fände ich ganz cool. Damit kriegt J den Punkt. Kann man das nicht einfach so laufen lassen, indem man im Endeffekt ein Skript macht, was alle Zahlen von 1 bis 1 Milliarde schreibt. Und dann lässt man das die Windows-Stimme vorlesen. Vielleicht haben die das auch so gemacht und haben das einfach seit 80 Jahren immer durchlaufen lassen. Das hat ja echt, Sepp hat einen guten Tipp gegeben. Wie gesagt, wenn das einer nur drei Jahre Zeit, wenn du dafür nur drei Jahre Zeit bräuchtest, dann hätte das jemand schon gemacht. Dann hätte man das schon machen können. Dann hat Jades zwischen den Zeilen ganz schön gut gelesen. Für alles irgendeine Scheiß-Stunde. Kommst du vielleicht als Guinness-Buch der Rekorde? Da hinsetzen und zählen. Aber als belastend. Okay, jetzt kommt eine sehr interessante Fragestellung. Ich habe mich verraten. Im Laufe eines 60-jährigen Lebens hat ein Mann durchschnittlich, wie lange eine Erektion während er schläft? 60 Jahre. Hat er Probleme? Das wäre jetzt auch mein Anfang gewesen. Im Laufe eines 60-jährigen Lebens hat ein Mann durchschnittlich, nicht perverser oder ein, keine Ahnung, impotenter. Perverser im Schlaf, weil er Dauerlatte hat oder was? Ja, keine Ahnung. Durchschnittlich, wie lange eine Erektion während er schläft? Ich hätte die Zeitangabe gerne in Tagen oder Jahren. Also wenn ihr mal so darüber nachdenkt, wie lange ihr so ständig eine Erektion habt. Ich weiß halt, dass der Körper öfters eine Erektion hat im Schlaf. Das ist schön für den Körper. Und zwar mehrmals im Schlaf. Jetzt die Frage, wie lange das geht, keine Ahnung. Das ist eine gute Frage. Das muss auch noch alles zusammenrechnen. Also jede Nacht, jeden Tag. Im Durchschnitt vor allen Dingen. Weißt du, du hast ja bestimmt noch solche Leute, die halt, keine Ahnung, acht Stunden pro Nacht schlafen und dann davon sieben Stunden Erektion haben. Ich glaube nicht, dass er sieben Stunden bei acht Stunden Schlaf sind. Das wäre ein bisschen heftig. Ich glaube, da wird er irgendwann auch mal blau werden. Ja. Er hat schon einen Grund, dass man morgens mit so einer Latte aufwacht. Manche Leute. Ja, wir müssen die Kamera haben. Manche Leute. Herr Peter. Okay. Also ich glaube, bei Jason 120 Jahre nicht die Antwort. Hohen wir mal den Rechner. Ja, holen wir mal den Rechner raus. Machen wir das jetzt auch mal, was die anderen haben. Jay packt seinen Schwengel raus. Fertig. Rechner. Christian hat Peter haben. Ja, ich bin sofort. What? Jay kommt auf 120 Jahre. Moment. Nein, das ist falsch. Okay, Bram hat auch getippt. Nee, habe ich noch nicht. Jetzt muss ich noch umrechnen. Alter, Bram, wie hast denn du gerechnet? Holy Moly, ey. Der hat das ja... Und... Und... Äh... Ja, tatsächlich. Krass. Machen wir das so. Okay, dann... Sag ich mal, ich runde auf. So. Ich muss nochmal korrigieren. Okay. Ich mach's so. Okay. 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 Jay hat auch was hingeschrieben. Äh, da müssen wir nochmal kurz gucken. Äh, da müssen wir sagen... Als ob du so selten nur eine Latte hast. Find ich auch wenig, aber wer weiß. Ich steh jeden Morgen auf mit dem Mörderrohr. Und nachher ist es nicht hart. Nee, das tue ich auch nicht. Aber das wundert mich, weil... Also... Geraten... Also... Ja, man... Ist ja von schlafen, oder nicht? Ja, ja. Ja, ja. Das heißt also, das nächtliche Stelldichein oder so weiter fällt halt weg. So, nur reine nächtliche mal hoch runter Testlauf quasi. Ja. Das glaubt ja so meine Schätze. Ja. Ich lauf immer nach dem Aufstehen noch eine halbe Stunde mit einer Latte durch die Wohnung. Ja, aber dann bist du ja schon wach. Das zählt ja dann nicht mehr. Ja, das stimmt. Weil der Schlaf wandelt. Weil deswegen frag ich ja, schlafen. Weil wenn du morgens aufgestanden bist, hast du noch eine Latte, dann müsstest du dir ja auch fünf zählen. Beim Schlaf wandeln ist das mein Früher. Der Schlaf wandelt mit Erektion und stößt sich überall an den Drenken. Christian hat drei Vierteljahre angegeben. Also ich hab mich, glaub ich, verrechnet, aber macht nix. Ich bin einfach davon ausgegangen. Drei Vierteljahre? Ich hab versucht herauszufinden, also wie viele Stunden 60 Jahre haben. Und wenn man acht Stunden am Tag irgendwie schläft. Und die Hälfte davon Ständer hat, dann hat man fünf Prozent seines gesamten Lebens in Ständer. Das war okay. Ich fand, das finde ich ganz treffend. Aber deine Aussage ist schon ziemlich lustig. Peter hat zweieinhalb Jahre und Jay hat 1.825 Tage, was umgerechnet fünf Jahren entspricht. Ist das richtig, Jonathan? Ja. Also wenn das Jahr 365 Tage hat. Also hast du von zwei Stunden aus? Ja. Ich glaube, unser Teamspeak ist gerade abgeraucht. Okay, Jonathan, wie kamst du auf 1.825 Tage? Zwei Stunden die Nacht. Zwei Stunden die Nacht. Hochgerechnet. Das war auch das, was Peter erst stehen hatte. Ja, ich bin auch von zwei Stunden aus gegangen, hat es hochgerechnet. Aber ich hab ja danach korrigiert. Und Peter ist jetzt auf eine Stunde runtergegangen. Genau, ich bin auf eine Stunde runtergegangen. Ihr habt sogar die eine Stunde sicherheitshalber auch nochmal nachgerechnet. Wäre der notgeile Pete doch mal dabei geblieben, denn es sind genau fünf Jahre. Jonathan, wieder komplett richtig. Man hat im Schnitt zwischen drei bis sechs Erektionen im Schlaf und diese können bis zu 30 Minuten dauern. Also, da ist wohl einiges los im Bett. Bei Bram sind es nur 17 Minuten, der zieht den Durchschritt runter. Dafür kann ich aber, wenn ich wach bin, länger, Jay. Wie sieht bei dir aus? Da war ich mit meinen fünf Prozent ja noch sogar zu wenig. Ja, da war es sogar noch ein bisschen zu wenig, ey. Aber Männer sind so behindert, weißt du, acht Prozent ihres Lebens haben sie einen Harten. Ich wollte gerade sagen, also... Klar, Mann, das sind mal Männer. Moment, das sind nur die Nachtstunden, ne? Die Tagstunden fehlen ja auch noch. Oh, yeah, baby. Also, alle weiblichen Zuschauerinnen und Zuschauer können immer drüber nachdenken. Ja. Echt? Die Periode wirklich so schlimm? Ja, ist es. Ganz schön hartes Pflaster zu tragen. So. Okay, kommen wir zu einer nächsten Frage. Frage sechs. Wir haben aktuell einen Zwischenstand von Jay drei Punkten, Peter null Punkten, Christian ein und Bram ein. Bitte. Frage sechs. Wie viel Prozent des jährlichen weltweiten Salzabbaus werden zur Enteisung amerikanischer Straßen gebraucht? Okay, die Frage muss ich nochmal wiederholen. Wie viel Prozent des jährlichen weltweiten Salzabbaus werden zur Enteisung amerikanischer Straßen gebraucht? Also, USA, ja? Ja, genau. USA. Ja, gut, ich dachte, vielleicht Kanada und Amerikanisch hätte ja auch mehr sein können. Vielleicht enteisen die ja auch gar nicht. Jay ist in dieser Hochrechnung nicht mit einbezogen, sonst säht das bestimmt an. Jay und Siles! Ich musste auch lachen bei der Frage. Also, in Prozent bitte, wie viel Prozent des jährlichen weltweiten Salzabbaus werden durch zur Enteisung amerikanischer Straßen gebraucht? Ich weiß es nicht, aber ich rate nicht, ich schätze. Also, in Deutschland ist das nicht so viel, denn hier haben wir ständig Salzprobleme. Nachdem einmal Schnee gefallen ist, ist schon ganz NRW dann immer direkt das ganze Salz weg. Keine Ahnung. Könnte das nicht vielleicht einfach ein Lagerproblem sein und nicht ein Rohstoffproblem? Ja, das glaube ich auch. Also ein Kostenproblem einfach, ne? Ja. Wofür wird Salz noch gebraucht? Essen. Würzen. Essen halt. Ja, soweit bin ich auch schon gekommen. Spülmaschine. Chemie. Ja. Mit Sicherheit. Ja, in der Schemi brauchst du kein Salz. Aquaristik. Die Frage ist nur immer, wie viel braucht man da? Also, beim Essen brauche ich halt vielleicht im Jahr so 100 Gramm Salz. Ja, aber das ist ja nicht die Frage. Die Frage ist ja, wie viele brauchst du, um die Straßen zu entsalzen? Als ob du zum Essen 100 Gramm Salz brauchst du? Wie viel Prozent des weltweiten Salzabbaus wird überhaupt quasi für die weltweite Straßenenteisung benutzt? Ja. Das ist auch schon. Ja. Das ist nur für ein Land. Oder ist halt so ein amerikanisch-deutsches Ding, weil es in allen anderen Ländern ist es von 11 Prozent dann anders. Kann auch sein. Da gibt es ein extra Studium für Salzstreuer. Ja, ich sag mal ganz gewitzt. Die Frage ist halt auch so, wie sieht das denn in Russland aus? Ist das fix? Ja, das wäre wahrscheinlich null. Nee, das ist noch nicht fix. Okay. Aber vielleicht schon. Ich sollte ja nicht mehr ändern, wa? Ja, dann ist es fix. Dann ist es in Ordnung. Manchmal sollte man vielleicht doch nochmal ändern, Peter. Okay, ich werde nochmal ändern. Was? Ich hatte am Anfang zwei, weil ich mir auch überlegt habe, die salzen ja gar nicht so in Kalifornien und Texas und da kann ja nicht mal Schnee im Süden. Das stimmt. Die haben da relativ, wobei Kalifornien hat ja auch, ähm... Ja, zur Nevada hin, da in den, in den Naturschutzgebieten, da ist ja, also da ist ja nicht viel. Gut, dafür ist Wisconsin so groß wie Deutschland. Also, Jonathan hat 15 Prozent, also ist da ein bisschen optimistischer als Peter. Und Christian und Bram haben beide 17 Prozent, also auch hier wird ordentlich gesalzen. Tja, aber vielleicht war es auch ein bisschen zu viel Salz, was in die Suppe getan wurde, denn es sind nur 10 Prozent. Was heißt nur, aber... Jawoll! 10 Prozent, Jonathan hat mal wieder richtig getippt, ey. Mit Salz kennt Jay sich einfach aus. Krass. Aber ist auch quasi wie ein Vorteil. Ist trotzdem viel, ey. Okay. Nächste Frage, ein bisschen historischer. Wie viel war ein US-Dollar im November 1923 zum Gipfel der Inflation in Deutschland wert? Also es gab ja... Reichsmark? In Mark, ja. Also in der Mark, die damals Währung war. Ich kenne ja nicht mal den normalen Kurs. War die Reichsmark mehr oder weniger wert normal? Also es gab ja da... Keine Ahnung. Zu der Zeit... Hatten wir in Deutschland nicht auch Inflation? Sehr starke Inflation. Da war, glaube ich... Das waren auch die geilen 20er Jahre, die waren in Deutschland, glaube ich... Ja, wobei... Ja. Also im Geschichtsunterricht... Ich werde das mal schätzen. ...haben wir darüber viel gelernt. Da waren, glaube ich, täglich die Preise für Brot und alles immer anders. Also es hat täglich fast geschwankt. Ähm... Da musste man ordentlich, äh... bei der Stange bleiben. Da waren quasi die Bäcker, äh... Echt gut dabei. Also da waren Waren meistens mehr wert, als sogar noch das Geld selber. Also... Das ist der Höchstpunkt der amerikanischen Inflation, richtig? Ne, der deutschen. Ne, der deutschen. Ah, okay. Sicher ist sicher. Zum Gipfel der deutschen Inflation. Inflation. Ja, habe ich falsch zugehört, sorry. Das war ja da, wo... Die Schuhkarren. In... Ähm... Zum US-Dollar, in Euro, Inflationsbereit nicht im Jahr 2019. Hahaha. Also... Jay hat schon einen Tipp abgegeben. Der Bram hat schon einen Tipp abgegeben. Christian hat auch einen Tipp schon mal eingegeben. Wie viel Größe waren? Er hat 6 und 30. Wie viel war 1 Dollar? Ne, doch, war richtig gut. Wie viel war 1 Dollar? Also du musst jetzt quasi angeben, wie viel Mark du auf den Tisch legen musst, um 1 Dollar zu bekommen. Ja. Ja, Moment. Andersrum habe ich das aber dahin geschrieben. Ja, okay. Dann rechne eben um. Ich habe eben geschrieben, was du für einen Dollar kriegst. Ne, dann rechne eben um. Damit wir alle gleich haben. Wie viel Mark musst du auf den Tisch legen, 1921 November? Ja, Alter, keine Ahnung, wie viel das umgerechnet ist. Warte. Zum Gipfel der Inflation in Deutschland. Christian korrigiert gerade noch. Ah, ist vielleicht ein bisschen hoch hier, wenn wir nicht korrigieren. Deshalb sollte ich nochmal korrigieren. Also es gibt ja so Bilder in so Geschichtsbüchern. Hey, jetzt gibt es noch mehr Tipps, dann darf ich aber nochmal korrigieren, oder was? Ne, du kannst, aktuell kann noch jeder korrigieren, wie er möchte. Also. Ne, weil umso länger die Frage dauert, umso mehr erzählst du dazu, weißt du? Ja, für jeden bleibt aber die Voraussatz zum Gleichbram. Ja, ne, das ist so gut. Ich wollte nur fragen, weil du sagtest halt, weil du am Anfang gesagt hast, ich hätte schon eingezogen. Für die, die jetzt vielleicht schon wissen. Ach so. Ne, ach ne, du hast halt deinen ersten Tipp gemacht. Also, du hast nicht die fix. Also, bis der letzte hier fertig ist, kann hier noch Bewegung stattfinden. Christian, ist das deine finale Antwort? Ja. Okay, seid ihr alle durch damit? Sehe ich das richtig? Ja. Okay, also wir fangen mal an bei dem kleinsten Wert. Christian geht mit einem 500 Mark Schein und holt sich in der Inflation in Deutschland dann einen US-Dollar. Never, die sind schubkarrenweise für ein Brot gelaufen. Genau, die sind schubkarrenweise für ein Brot gelaufen. Das ist auch das Bild, was mir aus der Geschichte noch im Kopf geblieben ist. Ich weiß nur nicht, wie viel Geld auf so eine Schubkarre passt. Das waren 40.000 Mark. Also, soweit ich mich erinnern kann, gab es Währungen mit 10.000 und 100.000 Mark. Gab es nicht sogar den Stempel, gab es nicht einzelne Scheine mit einer Milliarde Reichsmark? Ich meine auch, dass ich die Millionen, das ist die Millionen. Oh nein, wie dämlich. Das kann aber gut sein. Wie gesagt, Bram, den haben wir zu Hause. Ja, mein Vater. Jay mit 3 Millionen Reichsmark. Na gut, ich habe voll drüber geschossen. Und Bram mit 38 Billionen Reichsmark. Junge. Okay, dann heißt, du bist weiter weg, Bram, als ich mit meinen 500. Ja, das stimmt. Wissen wir doch nicht, was dein Ergebnis ist. Ja, genau. Also, ich würde euch ja Bram gönnen, weil Bram zumindest in die richtige Richtung gegangen ist. Billionen ist schon mal die richtige Ordnung. Aber dadurch, dass er 38 Billionen gesagt hat und es nur 4 Billionen Mark ist, ist damit Jay am nächsten. Weil von 3 Millionen zu 4 Billionen ist halt kürzer. Es gab halt den Billionen Reichsmark-Schein. Ich dachte, das war wirklich der Million. Ich dachte, das war wirklich der Million. Das ist ja geil. Ne, guck mal, wir sind alle näher dran als Bram. Alle sind näher dran als Bram. Das ist richtig. Aber Jay kriegt auch hier wieder den Punkt. Obwohl Bram eigentlich das beste Wissen hatte, was das angeht. Bram, hast du diese Runde geraten und ich geschätzt? Ne, ich habe geschätzt. Hier unten habe ich geschätzt. Den Punkt nehme ich wieder gerne an. Okay. Kommen wir zur Frage 8. Ein ausgewachsener Mensch besitzt 206 Knochen, aber mit wie vielen Knochen werden wir geboren? Also wie viele Knochen haben, hat so ein Durchschnittsmensch bei der Geburt? Das mag vielleicht bei anderen auch unterschiedlich wieder sein. Wie viele braucht es? 207? 206 Knochen hat der ausgewachsene Mensch. So im Normalfall. Ich weiß, dass man ja als Kind quasi auch den Penisknochen noch hat, ne? Als männlicher. Der bildet sich ja sozusagen zurück. Ja, ist halt die Frage, ob man mit mehr oder mit weniger Knochen geboren wird. Weißt du, weil das halt problematisch wird, wenn der bei der Geburt dann halt bricht. Au. Wenn der Penisknochen bricht, dann wirst du ein Mädchen. Das hängt halt davon ab. Ja? Okay. Ja, klopf auf Holz, ne? Unsere Penisknochen. Standhaft. Durchgehalten. Danke, Mama. Kann man auch einfach mal sagen, so danke, Mama. Also. Wir haben schon drei erste Vorschläge. Jay ist noch überlegen. Ja, ich überlege immer, aber ich ändere das in der Regel nicht mehr ab. Ist ja okay. Ich wollte nur... Gesundheit. ...kurzer Aufklärung, weil es hier schon Tipps da sind. Also 206 hat man, so im Normalfall, wenn man erwachsen ist, ausgewachsen, hat nicht mehr viel passiert. Und wenn man Sport macht, dann ändert sich das vielleicht nochmal ein bisschen. Aber mit wie vielen wird man geboren? Ähm. Jay hat einen Tipp abgegeben. So. Ist sein Tipp... Also sind alle Tipps jetzt final? Ja. 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 Christian auch. Jay? Ja, ja. Jay auch. Und wir haben... Äh, fangen wir einfach mal bei Christian an, der gerade noch korrigiert hat. Auf 103 Knochen. Ich war einfach die Hälfte genommen. Also fast... Fast die Hälfte. Also da... Äh, wachsen... Ja, ja, ja. Ja, ja. Es sind die Hälfte. Wachsen nicht die Knochen. Äh, Knochen. Du hast beispielsweise den Schädelknochen, der in tausenden von Teilen... Tausenden von Knochen erst zusammenwachsen muss. Deswegen hast du die Frontanelle bei den Kindern. Kannst die quasi theoretisch, kannst du bei solchen Kindern den Hinterkopf eindrücken. Weil das noch nicht fest ist. Ja. Das ist ein ganz schön guter Tipp von Jonathan. Damit der Kopf nämlich auch durch die Öffnung passt und nicht kaputt gemacht wird. Oder andere Sachen kaputt gemacht werden. Muss auch weich sein alles. Ist der Kopf sehr weich. Deshalb darf man Babys auch nicht runterfallen lassen. Das ist auch weich, wenn die Hälfte noch nicht gut. Na, ansonsten wäre cool. Aber deswegen nicht. Peter hat 206 eiskalt getippt. Und hat einfach gesagt, so viele Knochen, wie der am Ende hat, hat der auch am Anfang. Einfach mal so. Manchmal muss man auch Risiko geben, wenn man 0 Punkte hat. Bram ist mit 314 ins Rennen gegangen. Also schon deutlich mehr. Ich meine, der Kopf sind doch dann schon 30 oder so. Also am Anfang noch. Bevor die halt alle zusammen... Das ist nicht falsch. Und Jay hat 320. Also geht in eine ähnliche Richtung wie Bram. Keiner hat jetzt irgendwie 500 oder so hingeschrieben. Was auch gut so ist. Ich weiß halt, dass auch du die Epiphysenfuge und so einen Scheiß hast bei den anderen Knochen. Du hast ja, du hast sogar teilweise die Knochen erst im jugendlichen Alter verwachsen. Richtig. Also so richtig. Ja. Also man wächst ja auch noch um einiges. Also Knochen sind ständig im Wachstum. Da kann man viel falsch machen. Und auch gerade noch, wenn man die falschen Schuhe anhat oder wenn man ständig so einen schweren Tonister trägt, dann kann man sich viele Haltungsschäden und Knochenschäden machen. Das ist irgendwie schon noch nicht mal 1,80 groß geworden. Denn man hat 301 Knochen und damit ist Bram am nächsten. Dammit sind es doch noch... Und wir haben jetzt eine Filmfrage. Wer hat alles den Film Kill Bill gesehen oder die Filme von Kill Bill von Quentin Tarantino? Ich glaube ich nicht. Lang ist her. Ich habe den auch mal gesehen. Bram? Da habe ich nicht mehr dran. Bram auch, okay. Wie viel Liter Kunstblut wurde für die beiden Kill Bill Filme zusammen verwendet? Dieser Wert wurde vom Produktionsteam geschätzt. Ich dachte, du gibst jetzt so als Frage, wie viele Finger brauchte man für diese finale Attacke, die die ganze Menge gemacht wird. Ne. Wie viel Liter Kunstblut wurde beim Film Kill Bill... Ich gehe mal davon aus, dass dieses Kunstblut nicht so CGI-Effekte sind, sondern dass damals doch, weil das schon so alt ist, halt echtes Blut war. Echtes Kunstblut. Es gibt da animierte Szenen tatsächlich, ich glaube, wenn ich mich recht entsinne. Also ich glaube, da gibt es auch so Mangamäßige Szenen, die die Vorgeschichte erzählen. Also da hast du halt kein echtes Kunstblut. Ich glaube, das zählt auch nicht mit da rein. Aber die benutzen halt offensichtlich bei einigen Kills da Kunstblut. Echtes Kunstblut. Die Mengenangabe ist in Liter. Ist das jetzt komplett übertrieben oder ist das okay? Bei Schätzfragen ist es meist dann immer übertrieben, habe ich das Gefühl. Also mehr als du denkst. Echt? Okay, dann hau ich noch ein bisschen drauf. Mehr als du denkst. Ein Liter Hext. Ich hab's da noch mal ordentlich Schubel draufgepackt. Ja, genau. Ja, das ist doch kein Wahnsinn, oder? Also, Bram, möchte ich noch mal. Das ist komplett behindert, ey. Wir hätten jetzt gleich mal die erste richtig. Boah, Bram, da warst du aber großzügig, ey. Also, ähm... Ich hab das Faktor 10 weggenommen. Ja, 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 ja. Aber von einer Million ist Faktor 10 halt prozentual auch nicht so viel. 38 Billionen Liter wurden da vergossen, glaub ich. Ähm, seid ihr alle damit final? Ja, dann ist jetzt eingeloggt. Und ich hatte erst 450.000. Und wir fangen mal mit dem kleinsten Wert an. Ja, das hab ich auch korrigiert, Peter. Peter hat 120 Liter Blut geschätzt. Das finde ich schon echt viel, ehrlich gesagt. Das sind ja nur fünf Wasserkästen. Ich wollte gerade sagen, da kippst du ja nur ein paar Mal den Eimer aus, oder? Ja, echt mal. Was sind das denn für Eimer, Alter? Der normale Eimer sind 20 Liter. Ich hab mir das so gedacht, das muss ja irgendwie viel sein. Und wenn ich mein Aquarium leer mache, hol ich schon 60 Liter da raus. Oh mein Gott. Und das sind sechs Eimer, zehn Liter. Ja, aber ich kann sagen, so ein normaler Putzeimer hat ja 22 Liter Eimer, oder? Ich hab genauso keine Ahnung wie du, Peter. Also, bin gleich. Jonathan hat fast doppelt so viel 320 Liter geschätzt. Ja, okay. Und Kill Bill ist ja schon... Ein echt brutaler Film, muss man ja mal sagen. Okay, dann bin ich überhaupt voll deutlich falsch. Was das Blut angeht. Das spritzt ja auch ständig und solche Szenen müssen ja auch neu gedreht werden, wenn die da alle abgeschlachtet werden und das Blut überall rum spritzt. Und, ähm, ja. Christian hat 3000 Liter getippt. Da ist so die erste Zehnerpotenz in die Höhe gegangen. Und Bram nimmt nochmal einen drauf mit 45.000 Litern. Die haben einfach da direkt so Wassertröge angefahren. Wie sauber bei das. Ne, pass auf, du kannst das schon diese Szene, wo dieser ganze Raum am Ende so in Blut gecovert ist und so. Weißt du, welche Überlegung die die fünf, sechs Mal gedreht haben? Das ist doch schon... Ja, muss doch schon was rumgekommen sein. Die werden ja nicht einfach so... Also, guck mal. Die haben einfach einen Swimmingpool draußen gehabt und dann immer wieder reingepumpt. Also 45.000 Liter ist ein bisschen übertrieben, würde ich jetzt sagen. Aber die anderen sind schon mehr oder weniger voll daneben. Ähm, deshalb, es liegt in der Mitte. Also, Christian war echt gut, bis er korrigiert hat. Warte mal, was hatte ich denn vorher da stehen? 2.500, dann habe ich nur eine Schippe draufgepackt. Ja. 2.500 hätte dir den Sieg gebracht. Oh nein. Denn es sind 1.700. Und Jonathan hat 320. Ha, 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 ha. Den kleineren Abstand. Leider. Also, bei Jay... Was heißt denn hier leider? Ja, Christian war halt von der Größenordnung... Was war denn... Was ist denn das für ein... Alles klar, das merke ich mir für die nächsten Moderationen. Leider schütt Jay den Punkt. Okay. Nein, du kriegst ja auch den Punkt. Ich habe jetzt nicht gesagt, ich gebe den einfach Christian, weil die Antwort mir besser gefällt. Leider. Das war falsch. Merke ich mir. Leider. Also, hier gehen die Punkte mal wieder an Jay. Gut getippt. Leider. Wer steht denn eigentlich gerade? Aktuell steht es 6 Punkte für Jay. 0 Punkte für Peter. 1 Punkt für Christian. Und 2 Punkte für Bram. Ja, Treppchen bist du ja. Ich bin die noch. Ich bin drin. Ähm, jetzt kommt mal wieder eine historische Frage, die jeder wissen sollte. 19.30. Wann wurde das erste Mal ein Deine-Mutter-Witz gerissen? What? Wieso sollte das denn jeder wissen? Dann wurde das erste Mal in der Geschichte nach Aufzeichnungen ein Deine-Mutter-Witz gemacht. Also, wo man halt einen Witz hat. Willst du jetzt ein Jahr oder willst du jetzt, wie viele Jahre das her ist? Äh, wie viele Jahre das her ist. Also, als Herodes zu Jesus gegangen ist und gesagt hat, deine Mutter Maria ist fett. Naja, da weiß ich, da kann ich mich noch genau dran erinnern, ey. Ja, vielleicht war das so. Null vor Christus. Haha, einfach wieder. Keine Ahnung, Alter, deine Mutter ist Witz. Also, es gibt da... Es gibt da auch... Ey, Adi, deine Mutter ist so fett. Die ist doof. Keine Ahnung, ey. Mutterwitze sind scheiße. Ähm. Also, vor wieviel Jahren? Also, von jetzt an 2019 minus wieviel Jahre? Ähm. Vor wieviel Jahren? Genau. Also, nicht in welchem Jahrhundert, sondern vor wieviel Jahren. Und das ist auch eindeutig mit vor Christus und nach Christus. Also, von 2019 an minus wieviel Jahre? Wait, wir gehen so weit zurück? Ungefähr. Okay. Also, wenn da jetzt ein Jahr steht, dann wäre 2018. Tippt einfach bitte, einfach jeder so 2000 bitte ein. Das wäre ganz gut. Der erste... Der erste Witz. Warum? Aber der erste Witz, was? Weil ihr dann wieder so weit weg seid, dass ich mit meinem falschen Tipp dann wieder näher dran bin. Ja. Also, wann wurde quasi rhetorisch eine Mutter herangezogen, um über jemanden Witze zu machen? Oder um sich über jemanden witzig zu machen? Was eine Frage, ey. Keine Ahnung. Ja, komm. Vielleicht auf Müllmalereien. Wer weiß das schon. Vielleicht aber auch erst letztes Jahr. Das glaube ich nicht. Aber letztes Jahr könntest du vielleicht gar nicht so weit weg sein, wenn das jetzt echt so zehn Jahre her ist. Also, ich habe auf jeden Fall schon deine Mutter Witze gemacht. Das ist über zehn Jahre her. Den Tipp gebe ich euch. Komm. Gerne. Okay, habt ihr alle eingeloggt? Vielleicht warst du ja der erste, der der Mutter Witz gemacht hat. Okay, ihr habt alle eingeloggt. Wir haben sehr, sehr diverse Antworten. Und ich hoffe, dass alle das jetzt... Ja, okay. Ich habe so oft erklärt. Egal. Bram hat vor 19 Jahren, also 2000, wurde der erste Deine-Mutter-Witz gemacht. Aber machen. Ich habe den auf jeden Fall schon vor 2000 gemacht. Ich kann sagen, da war Kartenbein immer früher. Deshalb ist 19 auf jeden Fall schon raus. Ja. Ja, reicht ja, wenn ich näher dran bin als ihr, weißt du. Das stimmt, das stimmt. Jonathan hat 32 Jahre gesagt und ist damit auf jeden Fall besser platziert als Bram, würde ich sagen. Irgendwie so Ende der 80er vielleicht, Anfang der 90er, hatte ich gedacht. Ja. Ja, in der DDR immer. Ja, Christian denkt sich vor 185 Jahren... Im Jahre 1834 des Herrn. Da wurde der erste Zeit, wo er mitgemacht... König Ludwig zu Beatrix gegangen ist und gesagt hat, deine Mutter ist so fett. Ja, der konnte halt nicht leiden. Und dann hat er gesagt, ja hier, was geht die mir in den Taubensack. Und ein bisschen exotischer ist da der Peter mit 2019. Pass auf. Vor 2019 Jahren, Pi mal Daumen, ist ja Jesus geboren, ja. Ja. Der hat eine Mutter. Als ob du jetzt den Herodeswitz von mir jetzt nochmal bringst, Peter. Nein, pass auf, der hat eine Mutter, ja. Jetzt mal ganz ehrlich, die angeblich, ja, ohne jemanden zu Vögeln schwanger geworden ist. Also wenn du damals nicht irgendjemanden deine Mutter mitgemacht hat, dann falle ich vom Glauben. Dann war das Gotteslästerei und du bist direkt ins Kreuz genagelt worden, Peter. Ja, aber den gab es doch gar nicht, als er geboren wurde. Da wurden richtig viele ins Kreuz genagelt, Jay. Ja, vielleicht wegen eines deiner Mutterwitzes. In der Bibel finde ich bestimmt einen Deine-Mutter-Witz. Damals gab es auch keine Lust. Dass Gott der Nachbar war. Damals gab es keine Comedy, damals ging es um Snack überlegen. Damals gab es keine Lust, damals haben die sich kleine Jungs gehalten, gerade dafür. Ja, zum Ficken, aber nicht für Comedien. Okay, ich löse mal diese hitzige Diskussion auf. Und zwar ist es vierstellig. Die Frage ist nur, wer ist am nächsten dran? Vierstellig? Ja, das ist ja nicht klar. Also, es ist schon sehr eindeutig, denn Peter ist eindeutig am nächsten dran. Denn es ist 3500 Jahre her. Im Babylonischen Reich wurde nach Auszeichnung der erste Deine-Mutter-Witz gefunden. So nice! Und ich mach mich erst darüber lustig. Weißt du, während der Turm gebaut wurde noch in Babylon, boah, deine Mutter hat den Turm in sich drin gehabt oder so. Und alle lachen. Deine Mutter ist so fett, die hat sogar den Turm von Babel eingerissen. Was steht denn da wirklich? Das weiß man nicht mehr. Oh, natürlich nicht. Also, das hab ich nicht rausfinden können, weil die Papyrusse in den letzten Jahren leider verloren gegangen sind. Aber das ist, was in den Aufzeichnungen noch daraus... Ja, also, damals gab's ja noch keine Bücher. Papyrusse? Egal. Ich würd sagen, Papyrus ist die Märzter vom Papyrus. Und damit krieg ich Peter seinen ersten Punkt. Ich freu mich richtig. Mega. Yes, keine Nullnummer. Nice. Dankeschön. Glückwunsch, Peter. Okay. Jetzt kommen wir auch mal wieder zu etwas, äh, Historischem. Und zwar, in welchem Jahr hat die New York Times vorhergesagt, dass das Fernsehen, so wie wir es heute kennen, also das TV, scheitern wird, denn die amerikanische Durchschnittsfamilie hätte dafür nicht genügend Zeit. Also, es gab einen Zeitungsartikel der New York Times, wo drin stand, boah, dieses moderne Fernsehen, was sich hier durchsetzen will, das hat überhaupt gar keine Chance gegen unsere Zeitung, denn die moderne amerikanische Familie hätte gar nicht so viel Zeit, sich da irgendwie vor den Fernseher zu setzen. Ein Jahr, ja. Also, irgendwie sowas 1723 oder so. Zweieinhalbtausend Jahre vor unserer Zeit. Hat Fred Feuerstein schon den Anschluss aufgekriegt von Wilma. Okay, ähm, ich sehe hier schon sehr viele Zahlen, da wurde sehr eifrig direkt getippt. Seid ihr alle zufrieden mit euren, äh, Antworten? Weiß ich erst, wenn du mir dein Ergebnis sagst. Okay, also loggen wir das ein, wir fangen an mit 1977 bei Jay. Ich... Hi. Das ist eine Ansage. Ich glaube, da gab es schon ziemlich viel Fernsehen. Ähm... Ja, aber vielleicht haben sie da erst gemerkt, oh, ah, das geht unter. Ähm, 1954 kommt danach von Christian. Hatte ich auch... Ja, beschäftigt mit Namen Krieg und so, da müssen die ja erstmal wieder Sachen fein machen und Deutschland und Europa aufbauen. Also, gab es nicht schon in den 60ern ganz viel Werbung mit, ach, Fernseh ist so toll und ganz viel Fernsehwerbung. Hat sich da quasi das Fernseh nicht komplett schon... Also in den 60ern, also zumindest in Deutschland kam in den 60ern ja das Farbfernsehen. Ich weiß nicht, wie das bei den Amis war, ehrlich gesagt, mit NTSC und all so einem Kram. Ja. Ich habe einfach mal gedacht, so 50er nach dem Krieg. Okay. Peter hat 1952 getippt, also zwei Jahre vor Christian noch. Und Bram ist richtig gut dabei. Der ist nämlich einfach 1935 gegangen. Der ist einmal mitten in den Krieg gegangen und hat gesagt, Mensch, da... Ja, aber der Krieg ist ja egal, weil in Amerika selbst war ja kein Krieg. Die sind ja, also, weißt du, auf amerikanischen Boden. Das ist richtig. Also dachte ich mir so... Hatten die nicht trotzdem nur Kinos und keine Fernsehre? Ja, aber in Deutschland gab es doch auch schon Fernseher zu dem Zeitpunkt. Es gibt ja Adolf Hitler auf TV. TV, ja. Nee, jetzt für die Tagesschau sind die alle in die Kinos gegangen, oder nicht? Also die Tagesschau lief in Kinos und nicht im Fernsehen. Okay, aber das Format, das ist ja ein... Ja, aber vielleicht hat die New York Times dann trotzdem gesagt, dass das scheitern wird, weißt du? Für die Tagesschau würde ich auch nicht ins Kino gehen. Was ist denn das Format Fernsehen, Sepp? Ja, halt Bewegtbild mit Programmen. Aber das ist ja gar nicht die Frage. Die Frage ist ja, wann der Artikel rauskam. Ja, aber die Frage ist, ob die in einem Artikel Fernsehen quasi fertig gemacht haben. Ich habe Fernsehen, das Fernsehen, wann das Fernsehen scheitern wird. Das hat nicht so eine Reaktion der Zeitung gewesen auf das neue Medium, Fernsehen, was die Zeitung angeblich ablösen würde. Kenn ich ja. Das Konsumieren von Medien durch Bewegtbild. Ja, okay. Das ist was anderes als Fernsehen halt, ne? Das Konsumieren von Medien durch Bewegtbild. Klar, im Kino gehen ist nicht Fernsehen. Fernsehen hat sich halt entwickelt. Genau, vielleicht hieß das ja früher auch anders, Peter. Kino ist nicht Fernsehen, Peter. Aber das, was du gerade ja beschrieben hast, wie Nachrichten im Kino, ist ja kein Kino. Ne, vielleicht war es die frühe Form des Fernsehens. Genau, das ist die frühe Form des Fernsehens. Kino ist ja Kino-Film. Peter, ich habe mich auf ein Gletscher aufgeregt. Ja, ist auch egal. Okay. Ich löse auf. 1939 hat die New York Times den Artikel veröffentlicht, dass das Fernsehen scheitern wird, weil amerikanische Staatsbürger dafür keine Zeit haben und sich lieber der Arbeit oder der Kultur widmen. Und damit hat Bram gewonnen. Mit 1935 war er deutlich am nächsten dran. und kriegt dort den ersten Punkt. So. Ja, nicht den ersten, den dritten. Das ist natürlich eine Diskussionsfrage, wie der Ursprung da ist und so. Ja. Bram, Glückwunsch zum ersten Punkt. Den dritten. Da ist Bram, endlich hast du den Punkt. Dritter Punkt von Bram hier. Dritter. Für wie viel wurde ein Eiskristall auf Ebay verkauft, der die Form von Illinois hat? Also ein Eiskristall, der quasi gefangen wurde, konserviert wurde, kühl gehalten wurde und auf Ebay verkauft wurde und die Form des Bundesstaaten Illinois hat. In? Euro? Dollar? Was ist das Litzpreis? In Dollar. In Dollar, okay. In Dollar, aber wenn ihr Euro hinschreibt, dann rechne ich das 1 zu 1 um. Also das ist... Ich werde da nicht auf den Cent genau den aktuellen Umrechnungskurs nehmen, sondern 1 zu 1 um. Boah, Alter, keine Ahnung. Auf Ebay. Das heißt... Ja. Kannst du noch einmal die Frage vorlesen, bitte? Für wie viel Dollar wurde ein Eiskristall auf Ebay verkauft, der die Form von Illinois hat? Willst du sagen, wie groß dieser Eiskristall war? Das kann ich dir nicht sagen, Peter. Okay. Also, ich weiß zumindest, was die weltgrößten Cornflakes auf Ebay gekostet haben. Wie teuer waren die denn? Das sag ich dir jetzt nicht. Was hatten die denn für Durchmesser? So 2 Meter oder was? Nee, also die weltgrößten Cornflakes, die wirklich aus der Packung gefallen sind, weißt du? Achso, die wirklich... Ah, okay. Wie will der das denn wissen? Weil der hat doch die ganzen anderen Cornflakes-Packungen gar nicht aufmachen können. Das stimmt, das stimmt. Aber das ist zumindest, was Last Week Tonight gesagt hatte. So, weißt du, sobald ich jetzt bei Ebay irgendwie wieder mal was verticken sollte, schreibe ich auch da weiter. Weltgrößte Gamepad für die Xbox 360, die ich je gefunden habe. Ich weiß nicht mal, wie Illinois aussieht. Weißt du, wie sieht das jetzt besonders aus? Ist das einfach nur ein Kasten, sieht dann aus wie ein Eiskristall, standardmäßig? Sagst du uns denn noch das? Das sieht aus wie Illinois. Sagst du uns noch das Verkaufsjahr? Das kann ich dir nicht sagen. Das habe ich mir nicht notiert. Aber das ist, glaube ich, nicht unbedingt relevant dafür. Ja, doch. Weil Ebay gab es ja schon. Nee, das ist ja mit Kunst auch so. Weißt du, heute gehen so Kunsthänge über 300 Millionen weg. Aber vor ein paar Jahren waren das halt umgerechnet vielleicht genauso viel. Aber gute Inflationen waren es dann halt nur... Auf Ebay. Ja. Aber in 10 Jahren gibt es auch viel Inflation. Du konntest auf Ebay auch Inseln kaufen, mein Freund. Ja. Nee, wir brauchen gerade... Egal. Seid ihr alle zufrieden mit eurem Tipp? Nee, Moment. Guck mal. Aber... Boah, okay, komm her. Scheiß drauf. Ich glaube nicht. Okay. Okay, also hier wurde getippt von Jonathan, der niedrigste Wert mit 150 Dollar. Ja, das wird so was für so einen scheiß Eiskristall zahlen. Also die Cornflakes sind bezahlt worden für... Für diese scheiß Cornflakes sind auch halt irgendwie 170 Dollar bezahlt worden. Also 458 hat der Bram getippt. Danach kommt der Peter mit 3.800. Leute sind crazy. Außerdem wäre die Frage hier nicht bei Chatsfragen, wenn es ein langweiliger Betrag wäre. Genau. Als 9-Mann. Christian hat 5.000 eingegeben. Dollar, weil das war so ein reicher Mann aus Chicago. Der hat sich nämlich gedacht, voll geil. Das kann ich mir in ein Restaurant hängen. Ja, aber da muss ja auch einer mitbieten. Also selbst wenn du voll reich bist, dann muss ja auch immer einer mitbieten. Quatsch, der ist einfach full force freigegangen. Außer musst du das ja auch. So wie Christian bei solchen Sachen macht immer. Ja. Wir gehen bis zu X. Wie viel Budget habe ich? Ich biete X. Ich biete X. Ach klar. Ich löse mal auf. Ich löse mal auf. Ahnungslos sind wir bei der Frage, glaube ich, alle. Es sind 1350 Dollar und damit gewinnt Bramme den Punkt. Jawohl, mein erster Punkt. 1550, den, die Schneeflocke, gewinnt Bramme damit. Nice. Also hier war keiner, aber der gesagt hat, irgendwie ja eine halbe Million oder so. Also so crazy wurde es dann nicht. Ja, da bleiben wir auch zu behindert gewesen. Wir kommen zur Frage 13 und aktuell sieht es ganz gut aus für den Bramme, der hier dem Jay langsam Konkurrenz macht mit 4 Punkten. Jay hat 6 Punkte. Und Peter und Christian haben jeweils einen Punkt und wir haben noch drei Fragen. Von Jay kommt ja auch erstmal nichts mehr. Also jetzt kommt Frage 13. Und es geht mal wieder um Schnee. Ich habe mir gedacht, wenn wir schon thematisch da sind, warum denn dann nicht einfach da bleiben? Genau. Wie viele Worte gibt es im Schottischen für Schnee? Also es gibt einige Worte, die Schnee beschreiben. Also nicht nur eins. So wie bei uns. So, yo, es gibt Schnee. Heute fällt Schnee. Sondern die haben da im Schottischen... Darf ich eine kurze Frage dazu tatsächlich, ja? Ja. Gut erzählt, vielleicht... Ich habe nämlich 0 getippt. Wenn er weiß nämlich... Weil, pass auf, in Deutschland zum Beispiel hast du halt Schnee. Wäre gefrorenes Wasser... Auch ein Wort oder wäre das 2? Oder wäre das sogar 0, weil das nicht zählt, weil das nicht ein Wort ist und deswegen fällt es raus? Sie haben schon, soweit ich das überprüft habe, ich habe mir welche rausgesucht als Beispiel. Es ist nämlich mehr als 1. Den Tipp gebe ich euch schon mal. Es ist eine Beschreibung für Schnee. Eine Beschreibung für Schnee. Also, ne? Es ist halt... Mehrere Worte beschreiben halt Schnee. Nee, das ist okay. Aber du sagst, es ist halt Wörter. Egal in welcher Form, Art, erdenklichen Art und Weise. Also die haben halt eigene Wörter. Und ich glaube, es ist immer ein Wort. Also ein einzelnes. Nicht so wie... Keine Ahnung. Schnee, der matschig ist. Ist dann... Ist dann Schnee, der matschig ist. Also drei Wörter. Das ist dann ein Wort. Mhm. Also wie viele Worte gibt es im Schottischen für Schnee? Boah, da ist Deutsch natürlich ganz vorne mit dabei, aber da kannst du ja alles beschreiben. Ja, aber mit einem Wort, ne? Mir fällt in... Mir fällt gar nicht... Mir fällt für Schnee in Deutsch halt nicht mal viel ein. Es geht da glaube ich auch nicht unbedingt um... Also es geht da auch um altertümliche Bezeichnungen. Also vielleicht gibt es im Plattdeutschen da auch mehr Bezeichnungen im Bayerischen für Schnee. Ja, soll halt halt Schnee heißen oder statt Schnee. Ja, aber das ist halt auch nicht die Menge. Ja. Ja, ich bin fertig. Das ist halt die Frage. Also seid ihr mit euren Antworten soweit durch? Jo. Okay. Fangen wir an bei Christian mit neun Wörtern. Ähm, Peter hat zwölf. Ja. Und Brammen hat 104. Und Jonathan hat die meisten mit 151 getippt. What the fuck? Keine Ahnung, die behindert sind, die Schotten. Da ist einiges. Also da ist eine, eine große Varietät. Und ich gebe euch mal ein paar Beispiele. Es gibt Sneasel oder Sneasel oder so. Sneasel, Junge. Das ist, wenn es anfängt zu regnen oder schneien. Also der Anfang vom Schneien wird auch mit Sneasel bezeichnet. Also es fängt gleich an zu schneien. Wird mit einem Wort betitelt. Oder Fiefel. Fiefel. Fiefel ist to swirle. Ich weiß jetzt nicht, was to swirle. Verdammt, das habe ich noch rausgesucht. To swirle. Ich glaube, keine Ahnung. Ich glaube, das ist, wenn das ganz toll fliegt. Ähm. Wait, aber du redest gerade über Schneien, oder? Ja. Ich dachte, es geht um Schnee. Ja, um die Art von Schnee und den Zustand, den Schnee so hat. Wie er sagte, matschiger Schnee zum Beispiel. Ja, aber das eine ist ja ein Verb und das andere ist... Ja, matschiger Schnee zum Beispiel, habe ich erklärt, wäre auch eine Bezeichnung. Wäre Schnee. Wäre eine Bezeichnung für einen Zustand von Schnee. Genau, weil Schnee ja drin vorkommt. Ja, und es fängt an zu schneien, ist doch eine Umschreibung für Schnee. Christian. Ja, ist okay. Ich dachte, es geht halt nicht um Werden, sondern halt, naja. Ähm, und Flinkdrinkind gibt es auch. Das ist nämlich leichter Schnee. Also, wenn es leicht schneit. Ähm. Das sind 421 fucking Wörter, die die im Schottischen haben, für Schnee. Also, holy moly, Jay, du kommst da mit dem Punkt, mit 141 Wörtern, die er getippt hat. Äh, okay. Mega krass. Ja, aber ja, nehm ich an. Das ist echt krass. Ähm, okay. Nehm ich an. Kommt zur vorletzten Frage. Und damit ist Jay schon, hat sich den ersten Platz schon gesichert. Es geht jetzt eigentlich nur noch um Platz 3. Ich würde schon noch die nächsten beiden auch gerne nehmen. Äh, ja, oder ob Jay einfach alle zerstört hat. Also, das sehen wir gleich. Ähm, wie viele Buchstaben hat das längste englische Wort? Also, wie viele einzelne Buchstaben hat das längste Wort, was quasi offiziell eingetragener ist? Also, nicht irgendwie so ein ganz fiktives Wort, sondern ein wirklich offiziell anerkanntes Wort. Wie viele einzelne Buchstaben hat das? Das Wort kennst du auch, ne? Das wirst du uns gleich vorlesen. Das Wort... Hab ich vorliegen. Na, ist gut. Da wurde jetzt aber lange drüber nachgedacht. Ich muss ja gucken, was ich hier sage. Hier wird ja alles auf die Goldwaage gelegt. Das war ja nur eine Interessefrage. Keine Ahnung, Alter. Also, das Wort werde ich euch gleich vorlegen. Also, wie viele einzelne Buchstaben hat das längste englische Wort? Ich weiß nicht, ob das auf Deutsch irgendwie großartig länger oder kürzer wäre. Das weiß ich nicht. Ähm, ich weiß nicht mehr, ob es dafür... Ja, doch, bestimmt gibt es dafür auch eine Übersetzung. Aber wie viele einzelne Buchstaben hat das Wort? Okay, ich sehe drei Antworten. Zählt eigentlich bei denen im Englischen TH auch als zwei Buchstaben? Das sind zwei Buchstaben. TH ist zwei Buchstaben. Also, ausgeschrieben, ne? Ähm, und damit haben wir vier... Antworten, wovon drei sehr ähnlich sind und eine ein bisschen ausreißt. Wir fangen mal an mit dem niedrigsten. Jay mit 29. Ähm, Peter hat 31. Bram hat 36. Und Christian hat 95 Stück getippt. Oh mein Gott! Was ist denn das für ein Wort? Okay. Allein das längste Deutsche hat doch schon irgendwie 48, oder nicht? Donaudampfschiffs Kapitätskajütenmütze oder sowas hat halt irgendwie sowas mit 30. Ich muss zugeben, das ist ein bisschen listig, aber es ist ein eingetragenes Wort, was wahrscheinlich so nicht im Duden in der Druck gedruckten... Von Oxford. Irgendwann mit Oxford hat das zu tun, glaube ich. ... nicht im Duden quasi selber abgedruckt ist, weil ich glaube, das würde einige Seiten füllen. Ähm, denn es ist ein chemischer Begriff. Und chemische Begriffe haben häufig die Anwandlung, dass sie ja, wenn sie verschiedene Verknüpfungen haben, ähm, sehr, sehr lang werden. Oh noi, dass sie die Elementalüte reinschreiben. Und dass jedes einzelne Molekül quasi da drin auftaucht. Ähm, zum Beispiel wie bei DNA, was auch ein sehr langes Wort ist, wenn man es ausschreibt. Und wir haben 189.819 Buchstaben in diesem Wort. Das ist... Ich fang mal an, ja? Mit Methionyl-Lalanyl-Trenionyl-Ceryl-Argynl-Glycoxyl-Lalanyl-Ceryl-Arginil... Ja, also... Ja, okay. Ich schick's euch kurz. Der Punkt geht an Christian. Der Punkt geht an Christian. Der Punkt geht an Christian mit 95 Punkten. Und, äh... Oh, starke Leistung, Christian. 95 Punkte. Hat sich damit hier abgesetzt. Mit 95 Punkten. Ihr kriegt nur einen. Und damit hat Christian gewonnen. Hey! Also, das ist das längste eingetragene Wort oder offizielle Wort in der englischen Sprache. Und, ähm... Wie teuer... Und damit ist das die letzte Frage. Wie teuer ist durchschnittlich ein Kind für seine Eltern bis zum Erreichen des 18. Lebensjahres? In Euro. In Euro. In Deutschland? In Deutschland, ja. Also, wenn man jetzt ein Kind macht... Was muss ich da so einplanen? Bis das quasi groß genug ist. Und, äh... Dann raus ist aus der Schule und so seine Wege geht bis zum 18. Lebensjahr so im Schnitt. Ähm... Alles natürlich hochgerechnet. Ähm... Gibt halt teurere Kinder. Gibt halt auch günstigere Kinder. Je nachdem, was sie so zu essen bekommen. Je nachdem, wo du kaufst. Aber je nachdem, wo du lebst auch. Aber so im Schnitt. Wie teuer ist ungefähr für die Eltern ein Kind bis zum Erreichen des 18. Lebensjahres? Äh... Warte. Ich... Ohne Kindergeld. Unter zehn Jahre her, Peter. Also ich glaube... Unter zehn Jahre, ja. Ah, okay. Also die Umfrage ist nicht super alt. Also es gab schon den Euro auch. Ich kann ja aber das genaue Jahr gerade nicht genau sagen. So, wir haben drei Antworten. Und... Jay tippt glaube ich den kleinsten Betrag. Nämlich 50.001 Euro. Ähm... Danach gefolgt von... Wie teuer sind Kinder? ... von Brammen 175.000 Euro. Danach kommt Peter mit 250.000 Euro. Ich habe irgendwann mal gehört... Ein Haus. ... jedes Kind seit du bist 18 durch... Ja, ein Haus. Genau. Aber welches? Jetzt ist halt die Frage, was für ein Haus, Peter. Genau, also ich war auch... Bei mir war das ein paar Schäme. Und Christian hat sich... ...175.000. Ich habe es mal noch. Christian hat sich für eine Million ein Haus gebaut. Ja, D-Mark. Ja gut, wer weiß. Scheiße. Gucken wir mal nachher, was da wirklich bei Rom kommt, Christian. Ja, also... Ich hatte aber... Ich hatte den D-Mark-Betrag im Kopf. Das ist doch egal. Ist egal. Ich glaube, selbst mit D-Mark bist du damit immer noch am weitesten, am höchsten quasi vom Wert und am weitesten davon weg. Denn es sind, wie ihr richtig gesagt habt, mehr oder weniger ein Haus. Ein kleines Haus. Ein kleines Haus. Ein kleines, ländliches Haus. Okay. Nämlich für 126.000 Euro kann man dieses Haus erwerben und damit kriegt Bram den Punkt und sichert sich hier nochmal den zweiten Platz easy. Und ja, also wenn man zwei Kinder hat, dann kann man sich schon ein ganz vernünftiges Haus leisten. Ähm, aber natürlich, da geht halt alles mit her, äh, alles mit rein auch. Dass quasi die Kinder ja theoretisch auch Miete bezahlen müssen. Also, dass die Miete ja bezahlt werden muss und alles. Die Umkosten für, äh, Essen, für Aktivitäten, Klamotten. Da gibt's ja alles Mögliche, was man da für die Kinder bezahlen muss. Also, überlegt euch, dass du gut, ein Kind zu machen, ähm, kann teuer sein. Ja, aber du kriegst ja Kindergeld. Stimmt. Du kannst wahrscheinlich schon gegenseitig sein. Du kannst dein Kind arbeiten lassen. Das stimmt. Warte mal, wie viel Kindergeld kriegt man nochmal im Monat? Oh, ich wusste das mal. 375? Was weiß ich noch? Hast du dich bestimmt mit auseinandergesetzt? 375? Kann das sein? Nämlich nur die Richtung? Das kann sein. Warte mal, wir rechnen mal 375. Äh, mal 12, mal 18. Mal, was ist das? Mal 12, mal 18. Das sind 81.000 Euro. Ja, siehst du? Guck mal, ist das geil. Du kriegst die Hälfte. Ja, aber guck mal, du kriegst ja immer was. Bei 80.000 von 126.000 ist das nicht. Oh, ich hab 160.000 im Kopf gehabt. Ich wollte gerade sagen, dann haben die aber auch ländlich und so weiter. Also, haben die die Mieter auch mit eingerechnet? Also, ich denke mal, das fließt da alles mit ein, dass du quasi die Mehrkosten, weil ein Kind braucht ja mehr Platz, braucht ein Zimmer, das wird dann wahrscheinlich alles Deswegen, wenn ich meine Miete 3 teile, dann bist du schon bei 200 Euro. Wenn du mal 18 Jahre rechnest, bist du bei 70.000 Euro. Ja, so wird es... Da bleibt nicht mehr viel für Klamotten. Die Sache ist halt, weißt du, was man halt... Also klar, das hört sich jetzt eigentlich ja gar nicht so an wie vor... Also, 40.000 finde ich jetzt nicht so viel innerhalb von 18 Jahren für ein Kind, wenn man bedenkt, dass das deine Altersvorsorge ja auch im Zweifel sein könnte. 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 Aber nicht mehr ist. Ja. Nee, aber... Du musst ja auch noch berechnen, wie viel Zeit du da reinsteckst. Ja, natürlich. Also, die Arbeitszeit oder die Erziehungszeit, die Betreuungszeit... Ja, ja, das ist ja Arbeitszeit theoretisch, die dann halt flöten geht. Ja. Also, Kinder sind schon was Teures, aber auch was Schönes. Und ich finde, damit kann man die Folge beenden. Schön ist auch, dass Jay hier gewonnen hat. Ah, nee, Sepp, der Zug ist abgefahren mit dem Leider vorhin und dem Punkt. Ja, ja. Hey, hier gewonnen hat gefahren mit dem Leider war Sepp der Moderator. Hast du gut gemacht, Sepp. Ja. Peter ist Leider Letzter geworden. Leider. Er tut mir leid. Das kann doch gar nicht. Ich hab doch genauso viele Punkte wie Peter. Du hast doch 95 gerade gekriegt noch. Ja, Peter, ja auch. Christian hat zwei Punkte und ist damit Dritter geworden. Oh, ja, das tut mir natürlich leid, Peter. In die Wunde. In die Fresse. Kein Wurde war sein hier. Und Bram ist Zweiter geworden mit fünf Punkten. Ja. Wenn ihr noch weitere Schätzfragen habt, die wir beim nächsten Mal stellen können, schreibt es gerne in die Kommentare. Wir werden versuchen, sie zu überlesen, aber zumindest der ist vorbereitet. Wir werden die einfach überlesen. Wir werden sie zu überlesen. Ja, kommt. Schreibt aber bitte trotzdem Kommentare. Genau, schreibt gerne sehr viele Kommentare. Drückt auch gerne sehr viel die Bewertungsfunktion und haut rein bis zum nächsten Mal hier bei Schätzfragen. Tschüss. Aber nur um gerade zu sein. Tschüss.